Musik PSN Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO Shop, ja Die günstesten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja NUTZT N-A-G-K-PAR Für Rabatt Link in der Beschreibung Jo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji und willkommen hier zurück auf NoHandGaming Zu einem neuen Video Und heute schauen wir uns Fallrückzieher und Seitverzieher von FIFA 94 bis FIFA 21 an Der Ersteller vom Video ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde Checkt das gerne aus, dort gibt es viele Videos solcher Art Und bei mir auf dem Kanal gibt es mittlerweile auch schon das eine oder andere Video davon Also wir haben schon gemacht Elfmeter, wir haben gemacht Freistöße Viele verschiedene Arten, könnt ihr gerne abchecken, Freunde Und wenn wir schon beim Abchecken sind, mein Twitch ist unten in der Beschreibung verlinkt Wo ich momentan wieder sehr viel streame und zu FIFA 21 auch Also auf jeden Fall reingehen und folgen Ich bin meistens oft abends online I doubt it Und dann gehen wir rein Wir starten rein Bicycle Kicks Von FIFA 94 bis FIFA 21 Hier steht zwar jetzt bis FIFA 20 Aber ich habe natürlich auch noch einen FIFA 21 Clip für euch mit am Start Wir gehen rein Schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare Wie in die Entwicklung ist Und dann bin ich gespannt Also wirklich, ich habe ja schon viel, viel was jetzt gesehen, Alte Aber Fallrückzieher habe ich, glaube ich, soweit ich weiß noch nicht gesehen Wir gehen rein Let's go Da sieht man schon eine krasse Entwicklung Da sieht man schon eine krasse Entwicklung FIFA 94 Selbst aufgelegt einfach Mit Jubel Ich glaube es ja nicht, Digga Lol Einfach selbst hochgelegt Aber wo gelegt Wieder Pelé FIFA 95 Einfach fast das gleiche mit FIFA 94 Wieder selbst hochgelegt Aber diesmal sieht man schon eine bessere Animation Sogar eine Torkamera Gebt euch mal den Unterschied jetzt von FIFA 95 zu 96 Holy Shit Oh Witzig Nein Wie krass Wie viel FPS war das denn wenig Bitte It's gone in Oh, that is a great road Let's say the fly Baba Keeper-Leistung, Digga Digga, die legen sich einfach die ganze Zeit selbst den Ball hoch Gut, ist halt wahrscheinlich gestellt, ne Wenn man noch sieht nach 30 Sekunden, da greift keiner an Aber das ist krass Guck mal, diese Origami-Menschen Das sieht richtig gut aus So geil wie die aussehen, Digga So gut Das FIFA kenne ich noch FIFA 2000 mit dem Pfeil Da erinnere ich mich noch dran Bei den Freischüssen Die hatten auch so einen Pfeil damals Oh, oh Achso 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 Sisu macht auch FIFA 21 mit dem Und die Jubel gab Oh, schon Den Hundejubel What a great goalkeeper, mate Das sieht schon wieder jetzt viel realer aus Viel flüssiger Overmars Auf was? Ori? Rivaldo Overmars Auf Rivaldo Er hat zwar noch nicht so richtig den Ball berührt In der Bewegung Aber man sieht jetzt schon die richtige Fahrzeugzieheranimation Echt gut, finde ich Und wir sind bei FIFA 2001 erst Ich finde es jedes Mal so krass Die Entwicklung zu sehen Er legt ihn sich wieder selbst hoch Digga, diese Entwicklung ist so krass Sollte das gerade Olli Kahn darstellen? Im Tor Richtig gut Richtig gute Entwicklung Das hab ich geliebt, Chat, ne Wo man diesen Balken hatte an der Seite Und man musste das Grüne treffen Das war Baba Baba Ich finde den Kommentator so geil Dieses ultramiridische Akzent FIFA 2004 Ich finde es Ich finde es Und ein Zidane-Spiel Wow Zerflich, knarftig Zidane auf Ori Was für Spieler da noch im Spiel waren Holy Mariah, wirklich Holy Mariah Bam Diesen Fußball liebe ich auch Ich will mir den Fußball eigentlich hinten reinstellen Ins Regal Von der Euro 2004 Geiler Fußball So krass Wir würden niemals Heutzutage den Parkzieher ansetzen Wenn der andere Spieler so nah dran ist Der würde Neun von zehn Mal Zehn von zehn Mal Würde er da ins Kopfballduell gehen Guck mal Das würde gar nicht gehen heutzutage Weil er ihn einfach brutal umtreten würde Das war ein tolles Ball Das war ein tolles Ball Mein Ryan Giggs Jetzt Problems hier Wenn er eine Cross In Das ist ein Ball Flüssig Was für ein Was für ein Karate-Stil Digger Dieser Seitfalter hat Wie clean der war Guck mal Wie clean Der Fußball ist auch geil Weiß jemand wie der Fußball heißt Den es da gerade gab Diesen Nightball Schreib es mal bitte in die Kommentare Verteidigerleistung ist ja grandios ne Die ist grandios Liga von Marginio So schlecht Aber krass ins kurze Ecke legt Digger Gigi FIFA 2009 Wir kommen immer näher Ronaldo bei Manu Legt sich selbst den Ball hoch In die lange Ecke Guck mal Oben links das erste Mal die Jubel Digger Da kommt man das erste Mal jubeln Ich weiß noch auf der PS3 Wie ich das gespielt habe Ich erinnere mich Wirklich Bam Oh Baby Das ist gar nicht Ronaldo Das ist Berbatov Liked das Video auf keinen Fall Ich habe es nicht verdient Richtig Runey FIFA 10 War er da nicht sogar auf dem Cover Ja natürlich war er da auf dem Cover Natürlich war er da auf dem Cover Geil Digger Feier ich Kedira Cristiano Ronaldo FIFA 11 Richtig geiles Geils am Start Immer dieser Brustroller Baba Trick gewesen Habe ich mir gefunden Aber er kennt man halt auch nicht anders Bei dem Torwart Das war damals wirklich Eine verrückte Maus Ich finde es immer wieder So krass die Entwicklung zu sehen Wenn man jetzt mal wieder hier zurückdenkt Dann Zack Und hier Digger So ein wilder Unterschied Geil Das war ein richtig FIFA Wo du geil skillen könntest Da könnte man einfach geil skillen Geil Es fühle ich das zu sehen Wirklich Da geht mein Herz auf My heart Heart goes Open Sturridge Auf Suarez Bei Liverpool Dieser Jubel Ich hab den so gefühlt Einfach so laufen Die ganze Zeit so machen Ich hab den so gefühlt Den Jubel Guck mal im Hintergrund Wie direkt plötzlich Die ganzen Schals erscheinen Achtung G, G, E, A G, G Chelsea, Hazard War lange nicht auch da FIFA 15 Krasser Unterschied Und ich find's krass Wenn wir jetzt nochmal Von FIFA 15 In den 5 Jahren Was für eine krasse Entwicklung Wir nochmal sehen werden Oh, Neymar bei Barca, ja Baby Rabona-Flanke Den legt er sich zurück GG GG, fucking GG Ich hab so Bock auf FIFA 21 Wenn ich das hier sehe, schon wieder, Mann Ich hoffe, es wird so ein geiles Jahr Wo du wieder viel Kacke machen kannst Was hier vielleicht auch gar nicht so realistisch ist Aber solange das Spiel richtig Bock war und macht da durch Dann bin ich voll okay damit Will ich was schmähen Guck mal, dann schon mit Stadionmusik, mit Tormusik Dieser Schuss erinnert mich voll an das Ronaldo-Falldruck-Zieher-Bild Genau daran muss ich denken, an dieses Bild Wenn ich hier Ronaldo in dem Juve-Trikot sehe Baba, da muss ich genau daran denken, Digga Geil Ja, ich hab mal wieder Juve mit Real verwechselt Es gibt keinen Grund, diesen Kanal aktuell zu abonnieren Es geht halt auch nur auf Amateur Ich find's geil, wie im Hintergrund You Never Walk Alone läuft Richtig gut FIFA 19 Sieht aber auch schon wieder ganz anders aus, ne Krass Dieser Unterschied Guck mal, heutzutage erkennst du die Gesichter, alles Hast Tattoos von den Spielern drin Und jetzt nochmal hier Schaut es euch an Mein Gott, was für ein Unterschied FIFA 20 Wenn sie Wusste ich gar nicht, dass sowas in FIFA 20 möglich ist Ei, 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 ei Der ist halt auch wirklich einfach richtig scheiße, der Falldruck-Zieher, ne Das war jetzt alles FIFA 94 bis FIFA 20 Guck mal, wie der direkt wieder rumbackt, Digga Und FIFA 21 haben wir in unserem Clip Und zwar von Danny aus dem Video mit Mo Wo sie Trickschüsse machen Und Danny, dankeschön an dich, dass ich diesen Clip benutzen darf Ich hab lange gesucht, hab aber nicht wirklich was Gutes gefunden Das meiste waren so bla bla FIFA 21 Das war dann alte FIFAs Das ist doch wirklich FIFA 21 Und Wir schauen uns mal an, was Danny hier macht Okay, der letzte Ich hab ja schon gewonnen Vielleicht wollen wir nochmal was Freshes machen Da haben wir den Seitfallzieher am Start Und zwar von welcher Karte, I don't know Ich weiß es nicht Aber wir haben leider keine Wiederholung Es war Neymar 98er Stürmer, weil die alle so crazy Karten da gekriegt haben Auf jeden Fall Sehr, sehr crazy Wenn ihr mehr von FIFA 21 Trickschüssen sehen wollt Geht auch auf jeden Fall zu Dennis Video Dort haben die ein ganzes Video nur mit Trickshots Mit Grabona-Kicks, mit Scorping-Kicks Komplettpaket Ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt Was meint ihr, wie wird FIFA 21 Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare Meint ihr, es sind wieder geile Trickschüsse und sowas möglich Ich bin sehr gespannt Und ich hoffe, ihr habt Bock, mit mir zusammen das Jahr reinzustarten Wenn ja, abonniert gerne den Kanal Und schaut auf Twitch vorbei Wo ich eigentlich fast täglich streame Das war's von mir Das war's von hier Ich bin raus für heute Haut rein So Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.